Die SI2-Serie von Teledyne Fleer. Alles zu Features, Bedienung und Softwareanbindung der Schallkameras. Jetzt in der neuen Folge von DataTag Unboxed. Hallo und willkommen zu DataTag Unboxed, unserer Videoserie für Produktvorstellungen, Neuheiten aus der Mess- und Prüftechnik und mehr. Mein Name ist Jörg Scholl, ich bin Vertriebsleiter bei der DataTag AG. Heute nimmt sie unser technischer Experte Patrick Schmidt mit auf eine professionelle Reise in die Technik, Anwendung und Ausstattung der neuen SI2 Schallkameraserie. Hallo auch von meiner Seite. Das ist sie also, die SI2. Bei der Fleer SI2-Serie handelt es sich um eine hochmoderne akustische Bildgebungskamera für die Industrie zur Erkennung von Drucklags, mechanischen Fehlern sowie Teilentladungen. Mit ihrer Hilfe können Wartungskosten dank der Früherkennung deutlich gesenkt werden, denn sie lokalisieren Lecks in Luftdruck- und Gasanlagen, fehlerhafte Lager oder auch Teilentladungen in Hochspannungsanlagen, schon bevor sie zu kostspieligen Ausfällen führen. Die SI2 ist damit prädestiniert für Routineinspektionen und die vorbeugende Wartung. Die Benutzung der SI2 ist spielend einfach. Eine gesonderte Schulung für den Nutzer entfällt somit. Sie richten die Kamera einfach auf ihr Ziel und die zahlreichen Mikrofone nehmen selbst kleinste Fehler und Leckagen auf und zeigen Ihnen diese als Overlay live auf dem 5 Zoll großen Bildschirm an. Bei der Leckssuche wird von der Kamera dabei automatisch der Abstand ermittelt. Dargestellt wird die Intensität der Lecks und die Menge des austretenden Gases. Und das alles aus einem maximalen Abstand von bis zu 200 Metern. Doch nicht nur das. Die SI2 zeigt Ihnen sogar an, wie viele Kosten hier durch die Lecks pro Jahr verursacht werden. Der Nutzen liegt ja also klar auf der Hand. Probleme werden identifiziert, klassifiziert und vor Ort bewertet. Sie können die erstellten Bilder direkt per Cloud hochladen, um Berichte zu generieren oder das Ergebnis nachträglich über die FLIR-Software ThermalStudio bearbeiten. Wie auch schon beim Vorgängermodell SI124 ist die SI2 in verschiedenen Varianten erhältlich. Die SI2-PD wird zur Teilentladungserkennung in Hochspannungssystemen und an Motorstatoren eingesetzt. Die SI2-LD eignet sich zur Erkennung von Leckagen in Druckluft- und Gassystemen sowie, jetzt neu, zur Früherkennung von mechanischen Lagerschäden. Die SI2-Pro vereint beide Varianten in einem Gerät, um das maximale Potenzial der Technologie auszuschöpfen. Gegenüber der SI124 wurde die Kamera stark überarbeitet. Neben den Änderungen am Gehäuse wurde auch die Elektronik weiterentwickelt. Die verbauten Mikrofone sind nun deutlich empfindlicher und können Druckluftleckagen von 0,0032 Litern pro Minute aus einer Entfernung von bis zu 2,5 Metern sicher erkennen. In der Kamera kann das genutzte Gas ausgewählt werden, um eine sehr genaue Abschätzung der Lokage durchführen zu können. Für Aufnahmen in dunklen Bereichen wurde die Kamera mit zwei leistungsstarken LEDs ausgestattet, die sich einfach per Touchscreen zuschalten lassen. FLIR hat außerdem die Haptik der Kamera verbessert. Diese liegt nun deutlich besser in der Hand und dank des geringen Gewichts von nur 1,4 Kilo inklusive Akku lassen sich auch ausführliche Messungen gut absolvieren. Hilfreich dabei ist auch der perfekt ausbalancierte Mittelpunkt der Kamera. Sie ist nicht kopflastig und daher sehr angenehm zu führen. Durch die verbesserte Rechenleistung ist nun auch die Bewertung von Teilentladungen direkt auf der Kamera möglich. Und mit dem neu hinzugekommenen Mac-Modus können jetzt Lager an Förderbändern oder auch an Motoren auf Verschleiß geprüft werden. Völlig kontaktlos. Hierzu werden in einem Bild mehrere Lager gemeinsam erfasst und das verschlissene Lager von der Kamera erkannt. Die Kameras werden in einem robusten Hartschalenkoffer geliefert, in dem sie sicher ihren Platz finden. Im Lieferumfang immer enthalten sind zwei Akkus, eine Einzelladeschale mit Netzgerät, ein Nackengurt, sowie eine Lizenzfreischaltung für das SI-Plugin zur Software Thermalstudio. Haben Sie noch Fragen? Schauen Sie auf unser Wiki unter datatec.eu slash 100 Fragen, 100 Antworten oder rufen Sie uns einfach an. Unsere Experten zeigen Ihnen die Geräte auch gerne persönlich bei Ihnen vor Ort. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr über einen Daumen nach oben und abonnieren Sie gerne diesen Kanal für mehr Videos aus der Welt der Mess- und Prüftechnik. Bis zum nächsten Mal.